Norddeutscher Rundfunk 2021 Herzlich willkommen zu dieser kleinen World of Warcraft Burning Crusade Session. Wir haben ein fantastisches Team zusammen getrommelt, aus verschiedenen Streamern und Leuten, die Bock auf World of Warcraft haben. Hier stehen drei unserer tapferen Helden auch schon zusammen, in ihrem wunderschönen Startoutfit. Ich find das modisch sehr gelungen. Eismelon und ich, wir haben uns nicht abgesprochen, einer von uns muss das Outfit wechseln. Ich spiel Schurke hier, ich hab mich für einen klassischen RP-Namen entschieden. Ich bin Death Rogue vom Stamm der One-Hitter und werde heute ein bisschen Schaden austeilen. Oh, da ist ein Allianz da. Oh, 60er-Magier. Vorsicht, Vorsicht. Okay, der Gnom ist durch. Wir sind zu viert. Was für eine Vorsicht? Das fängt mir schon völlig falsch an. Ja, als ob wir gegen den T3-Gnomen schwarzen hätten. Wenn wir einen Ali sehen, dann wird er umgehauen. Ich seh grade, ihr habt noch keine Gilde. Ich plane grad eine Progress-Rate-Gilde, aber auch so ein bisschen Ü18. Aber natürlich auch so ein bisschen cool im Discord abhängen und sich persönlich kennenlernen. Hat da jemand Bock drauf? Ähm, nö. Okay. Guck mal, das hier ist ein 70er, den machen wir jetzt nicht weg. Mirkri. Ist das ein Zuschauer? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich. So wie er da steht, ja. Okay, ich würd mal kurz, äh, ich muss mal kurz raus. Ich hab leider einen Termin, wichtigen. Okay, gut. Oh, 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 hier wird gekämpft. Kurschitzki! Ja, klar. Ja? Er hättest nichts getan, der wollte nur durch. Wir müssen uns zusammen gegen die brennende Legion verbünden. Dann. So. Hey, 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 Leute, Leute. So, fuck. Dann. Weiter, weiter, weiter. Hallo. Oh, die hat's jetzt überlebt, das ist nicht gut. Ja, gut. Ich bin dagegen. So, da ist er doch. Hey, Pompino! Hey! Du siehst aber, also, äh, sie ist ja richtig ausgeputzt für uns heute. Sag also auf, er ist ja richtiger Merlin. Wow. Ja, gut, ne? Schön. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit für das größte Abenteuer eures Lebens? Ja! Die Scherbenwelt. In Burning Crusade. Los geht's! Ja. Let's go. Okay, rein. Yippie! Wie viele Abenteuer werden uns erwarten. So, jetzt sind wir offiziell in der Scherbenwelt. Ich glaub, man kann hier ... Wollen wir den wirklich pullen hier? Wo ist unser Tank? Nein, auf gar keinen Fall. Kommen, Kommandant. Selbstmord. Das ist purer Selbstmord. Ich brauche nicht in zwei Hälften. Ja, okay. Wo seid ihr? Halt, ich hab euch verpasst. Direkt, wenn du das Protagis ... Ach so, ach so. ... wieder oben drehen. Der sagt dir, du sollst zu der Frau gehen, die ... die Reiz, äh, die Fluttiere hat. Und mit dem kannst du dann hier zu uns fliegen. Ich bin gestorben, sorry. Du bist gestorben. Questgeber, instant tot. Oh boy. One-Shot vom Questgeber. Das ist natürlich unglücklich. Aber jetzt bist du im Friedhof, oder? Oh, 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 oh. Ich hab nur fünf Battle Razzes, oder? Ach, das reicht. Wir werden doch nicht mehr als fünfmal sterben. Ach, wir sterben ja auch nicht. Quatsch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, von dem ich getötet wurde, weil ich hab gar nichts mitbekommen. Der sagt dir, du sollst zu der Frau gehen, die Reiz, äh, die Fluttiere hat. Ich bin einfach, die Treppe hoch und war tot. Als ob die Treppe mich getötet hätte. Manchmal kritten die richtig böse, die Treppen. Wenn die mehr als zehn Stufen haben, wär ich vorsichtig. Wir machen jetzt noch eine Mordermittlung hier jetzt mal. Was ist passiert? Wo ist die Leiche? Also, kurze Analyse der Leiche sagt mir, dass das hier vielleicht der Täter sein könnte, ein Teufelssoldat. Auf zur Teufelsfunken, Klamm. Ey, es geht groß. Du bist richtig motiviert. Du bist so der Typ, der so drei Wochen vorher in der WhatsApp-Gruppe schon schreibt, Jo, dann geht TBC los und dann können wir auf der Feuerheilbinsel richtig stumm machen. Du, ich will heute noch Level 70 werden. Jo. Gehen da direkt rein. Ich hab einen gepullt. Ey, Kuschinski, ich hab einen gepullt. Ja. Ich wollte ihn dir nur mal ganz kurz zur Verfügung stellen. Die Gruppe ist in Gefahr. Da musst du jetzt Attacken drauf machen, Kaja. Äh, kann der vielleicht mal in meinen Blizzard reinlaufen? Ich hab daneben gedrückt, sorry. So, wir haben die Quest geschafft, Leute. Herzlichen Glückwunsch. Gut, haben wir gut gemacht. Gut als Team zusammengearbeitet und danke für die Heilung. Perfekt. Alles klar, gerne. Schön gebufft, durchgebufft. Ich hab da angegriffen, Freunde. Helft mir. Ich helfe dir. Ich eile dir zur Hilfe. Und dann schnell plündern den Haken rein. Super. Und dann hast du es. Danke dir. Gerne doch. Ich schreibe auch nächste Woche ein Buch. How to WoW. Äh, wenn du das ... Das ist das beste Timing. Das ist das perfekte Timing. Gibt es noch irgendwelche Leute, die WoW nicht kennen oder wissen, wie es geht. Außer mir. Aber ich würde sagen, wir sind eingespielt. Sollen wir es vielleicht mal im Bollwerk versuchen? Auf jeden. Geil. Ja? Da brauchen wir dich jetzt aber auch wirklich auf voller Kapazität. Du musst sheepen, du musst Crowd Control, du musst kiten, alles muss sitzen. Ich google mal, was Crowd Control heißt. Also ich glaube, wir werden beim zweiten Boss scheitern. Ich calle, wir scheitern beim zweiten Boss. Na. Wir scheitern an den drei Ads davor. Du kommst hier links zu mir. Hier zu mir. Achso. Zu mir. MDW-Piece. Ach nee, hab ich schon. Cool, danke. Direkt in Blizzard. Was denn? No Bullshit. Wieso? Da war da. Was soll ich? Yo. Also, wir sind jetzt hier im Heulenfeuer Bollwerk, meine Damen und Herren. Zu Ihrer Linken sehen Sie das Ende der Instanz. Da ist schon der Drache. Das ist der letzte Endboss dieser Instanz. Wenn Sie gerade ausschauen, sehen Sie, dass wir gepolt haben. Und wir jetzt auf jeden Fall erstmal kämpfen müssen. Weil unser Pompino hier umgetänzelt hat. Ich sag's nur. Sorry. Ich glaube, ich wusste... Das war nicht gut. Okay, Vanish, ich bin raus, Leute. Ciao, ich mach's gut. Ich bin raus. Ciao, mach's gut. Ich bin raus. Kein Funeral. Das tut mir leid, ich hab den Drachen gesucht. Zu Ihrer Linken sehen Sie das Ende der Instanz. Da ist schon der Drache. Das ist der letzte Endboss dieser Instanz. Wenn Sie gerade ausschauen, sehen Sie, dass wir gepolt haben. Ich bin... Okay, wir haben nicht mal einen Gegner geschockt. Wir wollen... Oh, ich glaube, ich bin noch gestorben. Okay, jetzt hab ich ihn gesehen. Hey, du musst so einen Buff haben. Der heißt Arcane Intelligenz oder so. Kannst du den mir und dir buffen? Und er hat wieder gepolt. Raus, raus, raus. Ich hab den nicht gepolt. Raus, raus, raus. Meine Schuld, meine Schuld. Wieder nach vorne. Meine Schuld, meine Schuld nicht. Sorry. Zack. Hier. Bitteschön. Sehr gut. Sehr gut. Ich hab's mal bis nach vorne, Digga. Und dann gibt's auch Small. Zack. Ich weiß gar nicht, ob die Patrouille jetzt gepolt wird, ehrlich gesagt. Oh. Oh, der Schlauch. Ah, das Schieb dauert gar nicht gepolt. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab nur eine Bier getrunken. Ja, weil du unter den Level bist, glaube ich. Soll ich blizzard oder darf ich nicht? Jetzt kannst du... Also, den Schodenkopf fokussieren. Schodenkopf fokussieren. Wir versuchen das jetzt nochmal hier. Arcane Intelligenz ist laufen. Das fehlt dann natürlich hier und da auch mal. Das ist auch nicht. Ach ja, das läuft. Überhaupt kein Problem. Ja, ja, ja. Richtig easy. Oh, oh. Ich bin ein bisschen maler, no? Oh, nein. Oh, nein. Ich hab keine Innenfalltränke. Das ist, ah, nee. Hm. Jetzt laufen die auf meinem Blizzard. Das ist doch unverschämt. Ich mach halt nicht. Ich glaub, unsere Tank stirbt. Bring mir X noch. Den sehen wir noch. Den sehen wir noch. Klar, den machen wir noch. Raus, 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 raus. Wir schaffen zweimal. Sonst schaffen wir ohne Tank nie im Leben. Schaffen wir nicht? Der X ist fast tot. Aber eins schaffen wir noch. Den einen haben wir fertig gleich. Easy, easy. Alles easy. Okay. Sehr gut. Oh, und Loot. Okay, jetzt raus oder kämpfen wir? Warte mal, ich kann den grad nicht spotten. Ich hab keine Mana. Jetzt hat sich schon wieder Agro. Ich bin doch mal in Ruhe. Ich bin doch nur ein kleiner Magier, Mann. Ja, du machst halt, weil du den meisten Schaden machst. Ja. Anni, ich hab keinen Mana für einen Battle Rest. Lass dich so verwöhlen. Nee, lass uns hier raus, oder? Das schaffen wir doch nicht. Man muss auch mal belieben, wenn du auf 20 Prozent bist. Ja, das ist ein typischer Schurke. Ja, sorry. Ich bin raus. Jetzt abhauen, ne? Aber kennst du Dad-Jokes? Vaterwitze. So was wie, ähm, was warst du mal vom Beruf? Früher war ich Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Das sind Dad-Jokes. Wow. Wow, also damit könnte ich meine Karriere verlängern, glaube ich, mit diesem Wissen. Kann ich noch was für euch tun? Erfrischung, gefährliche Reihenfolge? Leute, haltung, haltung. Ja, 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 ich bin frei. Dankeschön. Du bist frei. Ach du, mit deinem Blizzard. Was soll ich denn sonst? Frostblitz. Also, Frostblitz. Kann ich auch. Hier, bitteschön. Kaya, in dem Kampf scharf auf Mond und dann Frostblitz auf Totenkopf. Bis die Taste auf dem Tisch liegt. Sag mir wann und dann bin ich ready. Jetzt. Jetzt geht's los. Zack. Let's go. Scharf incoming. Ein Dönner macht Dönner. Unser Tank. So, ich bin hier. Ah, safe. Schöne Sache. Schöne Sache. Und jetzt wird er hier weggeblatt. Traum, 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 Traum. Schön, dranbleiben. Wir müssen ja noch finishen, sonst geholt er seine Freunde. Stimmig, stimmig, stimmig. Go, go, go. Nice. Sehr, sehr schön. Absolut. Ich bin ready. Ich weiß, wo der Ausgang ist. Probier mal selbst gerade. Okay. Okay, ich schiebe den her. Nice. Geht los. Stark. Stark. Zack. Der eine ist komisch. Nice. Hier kriegt er euren Wasser-Dingen-Skills. Bam! Yes! Da ist er. Dem, ich glaube, dem muss das noch ein Anknupsbefehl geben. Warte. Lieber Kaya. Ja? Kannst du mal schauen, wenn du in deiner Leiste die Zauber hast, ne? Mhm. Dann hast du, äh, ja, wahrscheinlich diese ganzen Zauber drin. Und kannst du mal unten rechts gucken, da wird immer so eine Sache angezeigt. Und dann steht ein Rang dabei. Der Blizzard, den ihr nicht mögt, ist auf 5. Okay. Der Frostblitz ist auf 10. Haben wir schon getestet, die Ränge sind okay. Verwandlung ist auf 1. Wirklich? So. Dann lassen wir den Pull machen. Aber hast du den schon höher, vielleicht, in deinem Buch? Ja. Auf 3 hab ich den. Jetzt, äh, Nowhere Talking. Ah. Jetzt kommen wir der Sache näher. Viele Diagnose machen. Der ist sehr gut, konstruktiv. Kaya, jetzt müssen wir uns abstimmen. Ja. Jetzt dann ich erst ein und dann schiebst du, okay? Also, ich sag dir, wenn du schiebst... Du sagst mir, wann. Okay. Wir machen einfach einen Ausruf. Wenn du sagst, Döner, dann weiß ich Bescheid. Alles klar, okay. Ich bin außerhalb. Shit. Okay, Döner. Oh, fuck. Der hat den widerstanden. Fuck. Der hat den widerstanden. Shit. Ich hab ihn gedönert. Bin mir nicht ganz sicher, haben wir einen Rope-Tank, oder? Nee, ich hab leider gebrötet. Sorry. Warte mal, ich kann den blenden. Achtung. Oh, na, oh, der Feuer... Ah, nee, ist von ihm. Ich darf nicht blizzarden, aber hier mit dem Feuerregen, das geht, ja? Ja, das machen die Gegner, die sind ja dumm. Aber ey, dass du mit dem Schiebler ist viel besser. Oh, ich hab auch eh gemacht. Jetzt kannst du blizzarden machen. Ich hab Agro gepullt, nur so. Ja, ja, ja. Ich glaub, der hat was gegen Ausländer. Nicht weglaufen von der Gruppe, immer zum Tank laufen, wenn's geht. Ah, nicht richtig weglaufen, okay? Ich geh zurück zur Gruppe. Ja, das ist gut, passt schon, alles gut. Moin, Mädels. Moin, Jungs. Ja, kannst du vielleicht den Mond nochmal schieben? Oh, was? Wen soll ich schieben? Den Mond schieben? Schieb incoming, Achtung. Boah. Hier, bitteschön. Ich hab ihn geschiebelt. Hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Ich schieb ihn nochmal. Ich hab den Schiebel nochmal. Widerstanden, schon wieder. Warte, ich schieb ihn nochmal. Ich tränke eigentlich, Jesus. Gute Heilung, gute Heilung. Ich schieb ihn nochmal. Stark, stark, stark. Mach den X noch kaputt, X noch kaputt. Ne. Irgendwie schieb er nicht so richtig. Ey, geh weg. Warte, ich mach erst mal ne Frostrüstung. Fuck ey, der hat mir widerstanden. Fuck man. Ich mag die Geisterwelt, die ist total nett mit diesem hier Galadriel-Gesang im Hintergrund. Ja, super angenehm. Ich bin eigentlich gar nicht hier raus. Oh, nice. Oh, denn das hier kann man auch nicht sterben. Wir warten auf die Gruppe. Oh, oder auch nicht. Let's go. Du bist doch reingedashed, oder? Ne, der war schon gepoolt. Achso. Von mir? Ich weiß nicht. Von mir diesmal nicht. Ich hab was. Okay, jetzt haben die Freunde. What? Äh, da greifen uns viele Stück. Oh mein Gott. Warum das denn? Okay, lauf draus, lauf draus. Warum das denn? Wo kommen die denn hier? Ich glaub, wir haben das große Akron-Range vielleicht, oder? Oh, das könnte sein. Ja, ey. Ich glaub, wir müssen alles pullen. Wir dürfen nie hinlaufen. Sollen wir wieder, äh, wir gehen hin? Ja, wieder. Wir wollten dir die Geisterwelt nochmal zeigen, weil du da so viel Spaß drin hattest. Sogar ein 70er ist hier tot, also das liegt wirklich nicht an uns. Die Instanz ist einfach sauschwer. Also die ist wirklich. Das ist ein Bug. Die ist unglaublich schwierig, das Endgame. Das ist auch einer der Schwierigsten im ganzen Spiel, heute noch. Er war ein schöner Pull, hat alles gut geklappt. Ja, ich bin froh, dass er langsam auf meinen Gameplay-Level kommt. Und da kommt, da fliegen doch die Frostblitze wie eine Eins. Da hab ich den gekickt. Habt ihr das gesehen? Ja, das war ein Traum. Du warst ein bisschen schneller als ich. Nice. Nice. Achtung, zack. Donut incoming. Schau. Ja. Perfekt. Ich glaub, wir sollen ein Stück zurück, wenn die Puzzlech kommen. Ja, true. Dann komm ich jetzt auch. Wir müssen die Hunde bürsten. Kommt auch direkt auf mich zu. Ich hätt den so oder so geschiepelt. Hundefokus, Hundefokus. Mann, das ist ja ... Jetzt schiepelt doch mal. Oh, ich hab irgendwas Akko. Oh no. Der Hundi. Oh, Highlightdown. Oh nein. No, der Hund, 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 Hund. Ähm, hier ist sehr unübersichtlich gerade, sorry. Mann! Also dieses Schiepeln, äh ... Ist ... Manchmal klappt es halt nicht. Ich glaub, ihr müsst raus, oder? Ja, müssen wir raus. Das verliebt ihr nicht. Okay, raus, raus, raus. Kennst du doch, Crafts, wenn du den Protagonisten spielst, hat er manchmal so eine ganz doofe Stimme. Und das tut mir manchmal leid um die Spiele, dass die einfach nicht so richtig gut synchronisiert sind. Weil mit deiner Stimme könnte ich mich so identifizieren, weißt du? Okay, krass. Du bist so der Protagonist und du sagst so einen Satz wie ... Okay, das hab ich mir anders vorgestellt. Kommt irgendwie ... Klassischer Heldensatz, ja. Ja, diese typischen Spieler-Protagonisten-Sätze halt. Okay, ich versuch ... Das hab ich mir anders vorgestellt. Aber wie oft kommen denn Leute zu dir und sagen, kannst du mal den Ranjit machen? Kannst du mal hakern? Oder passiert das überhaupt? Nie. Echt? Warte, incoming. Achtung. Chat beobachten. Also was ganz oft passiert ist, die kommen in Chats und erzählen mal einen Witz. So. Ja, gut. Und dann sofort Kickbann. Zack, rüber zu Monte. Und der Kickbann den wieder zurück. Ja, gut. Ich bin ein ehrenloses Ziel. Ihr seid derzeit keine Ehrenpunkte wert. Das ist aber eine Beleidigung vom Spiel. Wieso bin ich denn ehrenlos? Unfassbar. Das ist eine Beleidigung. Könnte aber nicht wahr sein. Nice. Wir müssen den zweiten Stoff hier machen. Der ist wichtiger. Ich geh gleich laut. Ah, Heal kommt! Oh mein Gott! Schön, 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 schön. Schöner Heal. Kaya, in 15 Sekunden. Schieb, 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 schieb. Ja, ja, ja. Was macht der mit mir? Der hat mich weggebummst. Der hat mich hochgenommen. Oh, ich hab Aggro, ich hab Aggro. Hilfe. Oh, no, no, no. Ach, schieb, schieb. Ist im Schieb, ist im Schieb, ist im Schieb. Ja. Alles gut. Warte, wo ist eigentlich mein Element? So, Kaya, jetzt Frostblitz hier, Attacke, Donnerblitz auf die Leute hier vorne. Ja. Und auf den X. Nice, Leute, war gut. Spass, beautiful. Das waren wir ja jetzt. Harter Pull, aber war gut gelaufen. So, jetzt. Jetzt kommt der Pull des Jahrhunderts. Kreis, wird alleine gepullt. Achtung. Wir schiebeln hier gar nichts, ja. Hier wird's wie nicht geschiebt, jetzt ist Healer-inge-Theme anmachen und diesen Bogenschuss genießen. Nice. Traum. Strake Leistung. Traum. Worom. Stare drauf. Einfach mein W.o.w. Moment. Schieb. Dann einfach die beiden Wölfe wegfokusen und dann Kreuz. Guten Moment, amplify. Achtung. Zack. Nice. Schöne Sache, Harry. Es wird wirklich immer besser. Jetzt schieb und gegen zauber, let's go. Der große Moment von Kaya. Hier ist es. Gib mir deinen Befehl. Döner. Döner. Zack. Dö-dö-dö. Döner. Oh fuck. Was denn? Ich hab ihm gegengetaubert. Alles klar, das war's. Das war das Problem. Yo, was ist geschehen? Ich hab deine Anweisung gefolgt. Ja, absolut. Kaya, du hast alles völlig richtig gemacht. Mann, der widersteht mir aber. Dabei bist du unwiderstehlich. Hey, nice. Ich schreibe auch dem nächsten Comedy-Buch. Halb so willst du draus, sag Bescheid. Ähm. Ist nur noch der Boss da mit seinen zwei Bodyguards. Der hat noch Freunde, aber die holt er nicht. Wenn er jetzt gleich hier vorne ist, können wir die versuchen. Du pullstier jetzt. Geht los. So, Mond. Gerne wieder versuchen zu sheepen. Ja. Buck, sheep incoming. Keine Sache. Wir gehen auf Totenkopf. Ähm. Warte, wo ist denn der Zauberer, der andere? Der steht schon mittendrin. Totenkopf. Sekunde, Sekunde. Ich versuch einen Gegenzauber. Hat das geklappt? Ne, der hat jetzt nichts gemacht. Ist aber nicht so schlimm. Check. Jetzt müssen wir den kicken. Perfekt. Und jetzt müssen wir das scharf machen. Wir müssen das scharf machen. Oh, ich hab den Boss auf mir. Oh, ja. Warte. Okay, alles gut. Wir machen weiter Damage. Scharf, Mann. Incoming. Oh, ich glaub, unser Tank stimmt. Oh. Ja. Nein. Kann jemand den sprocken kurz? Geht das? Was? Wir müssen das noch mal machen. Äh. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Nee, Damage jetzt. Einfach Damage. Damage, Damage, Damage. Einfach Damage. Okay. Meint ihr, wir schaffen den? Ich weiß es nicht. Werden die anderen wiederbelebt? Aha. Ah, kein Mana. Das ist die große Frage. Ich befürchte aber schon, ja. Ich hab keinen Plan. Ich befürchte schon. Ja, aber für den ersten schon. Wir wipen uns. Ich wollte nämlich jetzt mal den cooldown nicht ziehen, wenn wir einer weniger sind. Es geht los. Warte. Here we go. Geschiebt. Kann ich nicht den anderen mitschieben? Nee, nee, nee. Kannst nur einschieben. Kannst nur einschieben. Aha. Rotenkopf töten. Frostblitz, Kaya. Ja, dabei. Schöne Sache. Bei sowas kannst du immer an deinen Eisblock gehen. Wenn der auf dich zukommt, hast du diesen Eisblock. Ja, der kam so schnell. So, jetzt müssen wir warten, wann der aus seinem Schieb kommt. Zehn Sekunden noch ungefähr. Ja. Warte. Kann schon mal reschieben. Kann schon mal reschieben jetzt. Hab ich. Hat er wieder seinen Timer hoch? Geil, ey. Dann zöne ich ihn aus. Na, mach auf mich zu bumsen. Genau da, genau in dem Moment, diesen Eisblock, dann macht das gar keinen Schaden mehr. Eieiei, Mensch. Der hält aber auch was aus da. Eieiei, Mensch. Das ist doch... Machst halt den meisten Schaden. Nee, mach schon nicht. Ja, der kommt halt so schnell. Ja, ja. Aber du scheinst jetzt noch so... Oh je. Ich hab nichts, ich hab nichts. Oh, oh. Hast du noch Battlewags? Du verschämst halt, was der hier macht. Äh, Battlewags ist in 15 Minuten. Okay, wir müssen ihn jetzt schaffen. Okay, Damage jetzt. Alles, alles raushauen. Alle Cooldowns. Boah, ich hab nichts mehr. Wieder steht mir der Schmuck. Kommt der schon mal wieder. Ja. Kannst bitte ein bisschen näher rankommen zu uns. Naja. Ja. Also nicht in seine... Du bist wahrscheinlich beim nächsten Dash tot. Go, 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 go. Damage, 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 damage. Ist das hier wichtiger jetzt? Nochmal schieben. Er bleibt geschieben. Einen Damage. Hört mal auf. Nice. Nice. Der kommt. 5 Prozent, Leute. Let's go. Easy, first try. Nice. Da ist er down. Wir sind noch nicht durch. Wir müssen den Schlafen schaffen. Schlafen ab. Die wahre Challenge. Wooh! Kommt da so eine Lederscheiße, ey. Was dauert uns, Digga? So unbelohnt. Das heißt, wir könnten jetzt entweder noch versuchen, ein paar Allianzler umzuhauen. Oder vielleicht noch einen Fellreaver-Raid auf die Beine zu stellen. Ich glaub, das Letztere ist cool, oder? Ja. Können wir auch machen, ja. Einfach alle zusammen trommeln und draufkloppen so nach dem Motto. Okay. Also, ihr könnt jetzt alle Leute einladen. Also, falls ihr fehlge, kräftige Leute seht. Melde mich zum Dienst. Hier. Kalbsgulasch hat mich angeschrieben. Geil. Direkt eingeladen. Pff. Das kann doch nicht sein, dass den niemand gesehen hat. Wir machen gerade auch eine Gruppe auf für einen Gegner, den es vielleicht nicht gibt. Er ist nur in unserer Fantasie. Ist der gerade tot? Das wäre natürlich super ärgerlich. Den braucht man noch für irgendeine Quest, ne? Für irgendwann mal. Ah, ich hab ihn. Ja? Echt? Wo ist er denn? Bist du? Ey. Unter. Wo bist du? Ach, da oben. Ach, da oben. Okay, go, go. Echt? Damage. 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 Okay. Wir machen doch einen Nachhut. Irgendwann. Seid ihr Mann. Aber ich hab, wir kriegen keinen Loot, oder? Weil die den jetzt zuerst hatten. Es geht doch nicht im Loot. Ach so. Es geht um Ehre. Es geht um den Ruhm. Wir haben vor uns einen Teufels. Wir können ihn noch einladen versuchen. Ey, wir machen sogar... Ich hab ihn eingeladen, aber er hat noch nicht angenommen. Aber wir machen sogar Damage, glaube ich, oder? Ja, ist doch egal, ob der grau ist. Wir wollen ihn ja nur legen. Damit wir alle ins Bett gehen. Warte, ich verwand ihn in den Jeep. Der steht ja allem. Ich hätte echt gedacht, der macht uns einfach platt. Sie machen nur. Ich mach das nur so laut. Kein Schal. Ach, Schaden hab ich mal gemacht. Ich mach 5. Immer auch. 1, 2, sowas mach ich. Aber die Space treffen sich nicht. 19. Ich steig auch nicht. Hier, Shadow Priest, ne? Leute, ich glaub, das sieht gut aus. Also, wer jetzt hier an uns gezweifelt hat, ich will da ja niemanden angucken. Selber schuld. Oh, der kommt, der ist ja down! Nice, GG. First try. Ey, gute Arbeit, Leute. Richtig gute Rate-Koordinationen. Alle an einem Strang gezogen. Richtig perfekt. Jeder konnte seine Klasse bis ins letzte Detail spielen. Jedes bisschen DPS rausgekratzt. Großartig. Also, vorbildlich. Ich würde gern Bedarf anmelden, aber es geht nicht. Ja, ich danke euch, dass ihr dabei wart bei diesem kleinen Hineinschnuppern in World of Warcraft The Burning Crusade. Sehr gerne. Und es war fantastisch. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch und allen Zuschauern Spaß gemacht. Denkt natürlich an unser fantastisches Gewinnspiel auf rocketbeans.tv. Könnt ihr immer noch gewinnen, dieses fantastische Mikrofon, mit dem ihr in die Rolle von vielen verschiedenen World of Warcraft Charakteren schlüpfen könnt. Nehmt da auf jeden Fall teil. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend. Macht's gut.